Musik Hallo ihr Lieben, ich bin Jens Komnick. Und was ihr gerade gehört habt, das waren so ein paar Eindrücke, wie das klingt, wenn man die Gitarre, die man hat, in die Stimmung D-A-D-G-A-D bringt. Datgat wird diese Stimmung sehr oft auch bezeichnet, bestimmt habt ihr davon schon gehört. Und ich möchte euch in der nächsten Ausgabe einen kleinen Einblick verschaffen und einen Einstieg verschaffen in diese wunderbare Welt der Datgat-Stimmung. Und ich hoffe, dass wir uns dann sehen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss!